Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um Reflektionen. Reflektionen sind eigentlich ziemlich einfach zu machen und wir werden uns mit den Materials noch ein bisschen separat auseinandersetzen. Deswegen machen wir das heute nicht. Ich habe einfach hier jetzt mal eine Box reingebaut, eine ziemlich hässliche von außen, aber von innen eigentlich gar nicht mal so schlimm. Einfach sozusagen wie so ein kleiner Kerker. Und die kleine Besonderheit hier ist, wir sehen den Boden. Das ist einfach der normale Boden, aber ich habe das Material ein bisschen verändert, sodass es jetzt perfekt spiegelt. Wie gesagt, wie das geht, machen wir noch. Aber was heute jetzt der Fall sein wird, ist, wir wollen diese Spiegelung hier ein bisschen anpassen. Und das passt eigentlich zu dem Fork, den wir letztes Mal gemacht haben, ganz gut. Hier hatten wir die beiden Forks. Entschuldigung. So, jetzt sehen wir hier, wenn wir spielen oder generell sogar im Editor sehen wir das, wir können hier den Himmel erkennen. Und der Himmel, der ist jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Das sieht ein bisschen seltsam aus, denn wir haben hier tatsächlich eine Decke. Warum können wir jetzt den Himmel sehen? Naja, sieht sehr, sehr seltsam aus. Wir wollen jetzt natürlich das Ding hier oben sehen. Also was auch immer da gerade ist, soll gesehen werden. Und dazu gibt es diese sogenannte unter Visual Effects, unter Modes, unter Plays und dann unter Visual Effects gibt es die Sphere Reflection Shape. Und dazu möchte ich auch noch ein bisschen erzählen, wie das Ding so funktioniert. Ihr könnt die hinsetzen, wo ihr wollt normalerweise. Und das ist wirklich das Optimum, sollte die ziemlich genau in die Mitte des Raumes kommen. So, und diese Sphere Reflection, da kann man jetzt vielleicht noch hier ein bisschen was tunen oder sowas. Aber ich würde es vielleicht so auf Standardeinstellungen oder vielleicht ganz leicht verändert lassen. Die Standardeinstellungen sind eigentlich ziemlich gut. Und der Influence Radius kann man vielleicht größer machen oder kleiner machen. Ihr seht, wie es sich verändert. Das sieht man dann am allerbesten. So, und was jetzt hier passiert, also eigentlich müsste ich jetzt noch kurz Lighting Rebuilden, dann ist es auch wieder was, was mit Licht zu tun hat. Was passiert jetzt hier mit dieser komischen Sphere? Darauf möchte ich kurz ein bisschen genauer eingehen, denn das Machen ist ja wirklich eigentlich kein eigenes Video wert. Also, diese Sphere Reflection hier, die nimmt, also das ist sozusagen eine 360-Grad-Kamera, wenn man so will. Und die guckt einfach genau da, wo die Sphere Reflection ist, was ist an der jeweiligen Stelle. Ups, ich bin nicht ganz drauf, offensichtlich. Was ist an der jeweiligen Stelle und projiziert das nach da unten auf dem Boden. Und dadurch haben wir eine wirklich hübsche Textur nachher auf dem Boden. Also, sprich, wirklich eine Spiegelung, so wie sie ist, im Prinzip kopiert die alles, wie gesagt, wie eine 360-Grad-Kamera und projiziert es dann auf den Boden. Und das ist ziemlich cool und ziemlich mächtig, aber ihr müsst wirklich darauf achten, dass hier das Ding in jedem Raum, wo jetzt irgendwie besonders spiegelnd sein soll, also zum Beispiel auch solche Texturen, haben normalerweise irgendwie die Möglichkeit, leicht zu spiegeln. Deswegen wahrscheinlich nicht unbedingt so krass wie der Boden hier, aber fast, selbst wenn es so ganz leicht ist, macht es schon Sinn, so eine komische Sphere Reflection Kugel hier herzustellen und die Umgebung aufzunehmen und dann darauf zu projizieren. Denn man sieht es wirklich deutlich, also wenn ich jetzt auch mal rausgehe, hier sehen wir an der Seite, sehen wir auch, was richtig gespiegelt ist. Klar, das ist jetzt nicht so schwer. Die Wände werden auch normalerweise immer gut gespiegelt, wir sehen es hier auch wieder. Aber wie gesagt, hier der Boden, wenn man sowas entdeckt in dem Spiel, dann sieht es schon ein bisschen seltsam aus, wenn sich da plötzlich der Himmel spiegelt und nicht die Decke. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, immer gut darauf zu achten und wenn ihr irgendwie solche Spiegelungen haben wollt, so eine Sphere Reflection reinzupacken. Wie das Ganze mit den Materials geht, also wie man solche Reflektionen tatsächlich auch selber machen kann in den Materials drin, das werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Und eigentlich war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nur ein ganz kurzes Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!